lovid ich bin's der ollie und heute entführe ich euch mal wieder auf die orkney inseln zu einer meiner lieblingsdestille zu highland park ich weiß einige mögen die nicht so weil die halt recht viel marketing gedöhnt machen mit ihrem nordische erbe und recht viel mit dem flaschendesign rumschrauben und dann halt die whiskys entsprechend teuer sind ja das ist so aber der inhalt der whisky an sich ist halt auch meistens relativ lecker also richtig schlechte hatte ich noch nicht die sind zumindest solide meistens sehr gut und hier habe ich immer wieder einer im glas haben schon mal geschenkt dass er atmen kann ein no age statement highland park dragon legend heißt der der ist im sherry fass gereift zumindest nach meiner recherche was das für eins war und wie lange keine ahnung der ist auch glaube ich relativ jung weil die farbe ist ziemlich hell hat aber einen deutlichen rotstich würde ich sagen ja das ist so relativ helles gelb so bisschen orange mit sommer stich ins rote ja mal gespannt dragon legend was würde ich mir da assoziieren drache feuer speiend vielleicht ein bisschen wild und rauchig vielleicht weil die highland parks sind ja normal nicht so rauchig die haben auch ein bisschen rauch ziemlich dezent so am rande vielleicht hat er ja auch ein bisschen mehr ja jetzt schon ein bisschen besser man riecht rauch der ist in der tat etwas mehr als ich das von highland park sonst gewöhnt bin hat aber sonst wieder die rote schnode die man von highland park kennt auch ein bisschen rote früchte würde ich sagen ja also man riechte sherry raus auf jeden fall aber die rote früchte die man hier raus riecht sind nicht wirklich süß im geruch ne eher so bisschen herbstsäuerlich so in richtung sauerkirche vielleicht habe ich sonst noch was am rande bisschen vanille ich meine ich traue mich verständlich bei whisky vanille zu sein weil das haben sie auch irgendwo alle bis hier aber man riecht es hier schon auch ein bisschen raus ist also im roma eher so ein bisschen herber ist nicht sehr süß und von daher auch nicht wirklich typisch highland park der hat zwar die honischnote aber eher so herber das schreibt es ganz gut probieren wir mal also der hat schon eine etwas kräftigere rauchnote als man das von highland park normal so kennt also da macht er seinem name dragon legend schon auch alle ehre ist jetzt keine eiler oder so überhaupt nicht also schon sehr viel dezenter aber man hat schon ein tick mehr rauch als man das von highland park erwartet wird er hat eine honig süße aber er hat auch so ein bisschen erdisch fruchtig geschmack in richtung schwarze johannisbeeren mit mit sauerkirchsaft würde ich sagen der hat 43,1 prozent das merkt man aber eigentlich erst wenn man runter schluckt weil da wird es dann schon ein bisschen scharf ansonsten gar nicht also ansonsten ist er eigentlich eher mild und der hat prinzipiell ein recht langer abgang weil der rauch der bleibt dann im gaumen schon auch klebe der hat dann so ein bisschen eine dick flüssige konsistenz hat man das gefühl obwohl natürlich mal schon längst runter geschluckt hat und da gar nichts mehr vorhanden ist aber man hat so irgendwie das gefühl da hängt noch ein bisschen so zäh flüssig ein bisschen von dem whisky am gaumen und macht rauchige geschmack das ist jetzt auch kein speckische rauch eher so ein bisschen aschige rauch so als hätte man so ein bisschen umherfliegende asche vom lagerfeuer abgekriegt so ungefähr ich probiere nochmal ich probiere nochmal ja der ist sehr sehr spannend weil der ist so ein bisschen peinpack typisch und doch total untypisch man hat auch ein bisschen was gewürziges wobei ich es nicht wirklich greifen kann es ist so halt würzig ohne dass man jetzt konkret sagen wird irgendwie ja eigentliche holz note kakao schokolade oder sowas oder kaffee gar nicht der ist nicht bitter der ist überhaupt nicht bitter der hat so eine leichte fruchtische bitterkeit vielleicht aber nur ganz leicht das ist so diese schwarze johannisbeere das ist so ein bisschen dieses erdig dunkle also der beeindruckt mich weil sagen wir mal so der heilenpark wenn man so diesen typischen heilenpark nimmt der zwölfjährige oder so sehr gute preis leistung aber schon sehr geradlinig so dieses heidehonig mäßige da hat man hier schon ein bisschen obwohl es ein no age statement ist also relativ jung anscheinend hat man da schon sehr viel mehr gegensätzliches in diesen einen whisky vereint der ist gereift wie gesagt in sherry fässern ich habe gelesen sherry season fässer sowohl aus europäischer als auch aus amerikanischer eiche wobei man die europäische die ja immer recht viel tannine hat das gar nicht so rausschmeckt also der kostet auch jetzt nicht so viel der kostet so um die 45 euro glaube ich halt falls man noch kriegt das hoffe ich zumindest weil der doch interessant ist so durch die gegensätze die er vereint diese honigsüße diese diese mehr rauch als man von heilenpark kennt dann dieses erdig johannisbeerige dieses säuerlich herbe und alles in einem und alles auch ziemlich rund also super kann ich empfehlen und ich habe nach wie vor so dieses aschige noch im mund das ist präsent das ist jetzt auch keiner den ich jetzt einfach mal so nebenher zum genieße trink sondern eher einer wo ich sag ja heute abend möchte ich einen haben wo ich mit allen sinnen mal erspüre und ergründe und erforsche also da ist er wirklich sehr sehr gut hätte ich nicht gedacht also für ein knowledge statement hätte ich wirklich nicht gedacht super also falls er den mal kriegt vielleicht mal ein sample oder so probiert den mal der ist schon ein bisschen außergewöhnlich würde ich sagen und der preis ist eigentlich auch relativ okay ja also falls ihr den kennt schreibt man doch mal in die kommentare wie ihr den findet oder wie ihr überhaupt zu heilenpark eingestellt seid schon klar dass da auch einiges kommt was mir vielleicht nicht so gefällt aber das kann ich ab und abonniert meinen kanal sehr gerne oder falls es euch gefallen hat gebt mir auch ein like also das heute abend hat mir echt spaß gemacht und jetzt ist der geruch wo das glas leer ist auch sehr sherry lastig und eigentlich süßer als ich das so am anfang geroche habe interessant also wenn ich jetzt so am leeren glas riechen würde und sollte daraus schlussfolgern was für ein whisky da drin war auf den würde ich nicht kommen garantiert nicht der riecht so ein bisschen dunkel süß wie so ein etwas kräftigere Waldhohn so süß hat er wo er drin war gar nicht geroche und schmeckt erst recht nicht ein troppe ist auch noch drin und das aschige habe ich immer noch im mund also dann macht's gut gell holktor Liebtschau Bis zum nächsten Mal.